So einfach macht ihr aus Gummibären Bubble Tea. Als erstes gebt ihr die Gummibären in ein Glas und dann füllt ihr heißes Wasser dazu. Wenn sich die Gummibären aufgelöst habt, könnt ihr das Ganze für zwei Stunden kühlstellen. Und schon erhaltet ihr so eine feste Gelatine-Masse. Nun könnt ihr in das Glas Milch füllen und Freunde, schaut mal wie cool das jetzt aussieht. Jetzt könnt ihr den Bubble Tea nochmal umrühren und genießen.